Wie möchten Sie die Welt gerne sehen? Hell und klar? Oder trüb und gelblich? Alle Halogen-Scheinwerferlampen von Philips sind mit hochmoderner Anti-UV-Technologie ausgerüstet, die die transparenten Abdeckscheiben Ihrer Scheinwerfer vor den schädlichen UV-Strahlen des Scheinwerferlichts schützt. Dadurch bleiben Ihre Scheinwerfer ein ganzes Scheinwerferleben lang klar und transparent. Herkömmliche Scheinwerferlampen dagegen lassen den Kunststoff der Abdeckscheiben gelblich und trüb werden. Dies beeinträchtigt die Leistung und lässt den Kunststoff schneller altern. Sehen Sie selbst. Hier sehen Sie, wie die starken UV-Strahlen einer herkömmlichen Scheinwerferlampe die Transparenz und die Reflexionsfähigkeit Ihrer Scheinwerfer beeinträchtigen. Die Anti-UV-Technologie von Philips filtert die schädlichen UV-Strahlen heraus, ohne das Licht zu verändern. So bleiben Ihre modernen, transparenten Scheinwerfer klar und die Philips Scheinwerferlampe strahlte lange Zeit hell und stark. Auf Wiedersehen. 79. Bis zum nächsten Mal.